Hallo ihr Flöö. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play Baldos Gate 3 in der Early-Exo-Version. Wir sind in dem Goblin-Lager, in dem zweiten. Und wir klauen mal gerade ein bisschen, beziehungsweise darf man das ja nehmen, weil es ist ja nicht rot. Kann man da nicht hochspringen? Ja, okay. Aber hier kann man auch bestimmt hochspringen. Okay, gut. Oder auch nicht. Magie des Gewebes, die Einführung. Okay, gut. Ich würde sagen, gehen wir mal wieder zurück. Hier ist nix mehr, außer halt diese Wand. Noch möchte ich mich nicht mit ihnen anlegen. Vielleicht geht das ja noch so. So. Na, jetzt wird's speichern. Oh, shit. Oh, shit. mit fragilisem Krone, und mit Scepter abräts, draw Ragslinn, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Gobletkind had reduced them to cowering Filfeni. So, raise it your goblets and drain them with pride. Draw Ragslinn, the true soul, had fled you goblets. Haha! Give him your ungeteiled attention. I don't know this language. I don't know if this is so good. You, move on! Do what she says. Now! Now, where was I? Wait a tick! That a friend of yours? Suddenly not! What are you doing? I'm busy here! You lying! You lying! To you? Never! Pfff! Ich wollte ja jetzt nicht die Schwierigkeit bringen. Come! Let's continue our pallet! I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. You're broken! Okay. Okay, Moment, wir probieren noch ein paar andere Sachen aus. Okay, Moment, wir probieren noch ein paar Sachen aus. So, da sind wir wieder. Okay. 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 Probieren wir es nochmal aus. Okay. 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 So, wenn ich jetzt gar nichts sage. Ich habe die Angst, nein. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Das ist so. Du bist so. Es ist so. Ah, das ist so. Oh. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Kann ich mir mal kochen. Guck mal hier, kannst du haben. Hier, kannst du alles haben. Wunderbar, ne? Ich habe die Flüte-Baltes. Ich behalte das mal. Ich weiß nicht, wofür man das brauchen könnte. Boah, was seid ihr denn alle so voll beladen? Ach, das war vielleicht gar nicht so stoff. Hey Gott. Ich weiß nicht, ob ich schmuck. Ich habe den Bars. Ich habe ihn auch noch. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, weg, 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 weg. Oh voll cool, ich muss ganz schön stoffen Zeiten über die Rumpflippe. Hm. Ich muss hier wirklich nichts mehr kaufen, auch das hier und das hier kannst du nur kaufen. Haha. Mose. Da. Okay, mal noch in Spießstand. Ja. 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 Oh ho ho, you got him good. And what are you doing here with that stink on your face? Elves. Think they could do whatever they want? As the symbol glows power courses through you authority. So viele Mutmaßungen hier, ich denke nicht, dass ich besser bin als andere. Ich denke nicht, dass es eine Tatsache ist. Ihr seid nur dreck unter meinem Stiefel. Ja. Es geht um den Absoluten. Wir haben jetzt die Absoluten auf unsere Seite. Wir müssen uns lernen, was. Go on. Kiss more foot. Or I'll wipe that nasty look right off your dirty face. Well... Go on. Give him a nibble. Hmmm... Haha. Auf einmal doch nicht mehr so mächtig. Das mag ich nicht machen. Ich glaube das hat negative Effekte. Oh nein. Was geht nur nach hinten los? Sag ich doch. Okay, gut. Ich will die anderen noch einfeuern. Oh nein. Wait! A yield! A yield! Best not leave any loose ends. This one might reward mercy with backstabbing. Oh nein. Das schon nachher. Oh nein. Das ist ein junger Mann. Gah. Arrogan pig. Er ist kass. 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 Wo ist denn jetzt das... Sah das wirklich, dass dahinten? Boah, muss er da rufeln, ich will rufeln. Okay, gut. Läuft. Na ja, du Schloss knacken. Ich weiß nicht, ob ich mich ausruhen sollte. Eigentlich müsste ich, weil ich komplett am Ende bin. Ich weiß nicht, ob ich mich ausrufen kann. Hallo. Hallo, gehst du mal wieder da runter? Du wieder. Gut, dann reden wir. Äh, ich dachte Vampire können kein Haus ohne Einladung betreten. Klingt, als würde ich das genießen. Was, was nicht zu genießen? Ich kann in der Sonnecke gehen, in irgendwelchen Haus, manipulieren die Minden. Ich bin der größte Vampire in den Regeln. Obwohl, die leuchtende Verbrechen ist ein Problem, aber warum nicht die Bedürfnisse, während wir können? Äh... Ja... Hinter euch ist ein Monsterjäger hier. Nicht mehr. Das ist alles, was wirklich wichtig ist. Warum merkt er euch? Was habt ihr getan? Wollt's noch mehr gehen? Vielleicht war er nicht alleine. Äh... Äh... Es war eine Gruppe von Gurren, die mich die Nacht in Balders Gate attackten. Ich hätte sterben, dass der Kassadour nicht erscheint und mich schaffte. Ihr rettet ihn, indem er euch zum Papier-Sklav macht. Warum schickt er einen nach euch? Ob er euch denn jede Nacht erinnert? Warum fängt er euch und schürt er euch nicht einfach? Ach ja, warum. Ampere sind nicht unbesiegbar, wir können ihn töten. Also gut, was schlagt ihr vor? Erstmal, wir müssen... Äh... 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 Ich weiß nicht. Wenn wir seine Lacken töten, wird er einfach mehr sendet. Wir müssen nur aufhören, wir müssen nur aufhören, wir müssen unsere Wissen über uns und wir müssen alle Monsterjäger auf der Seite töten. Okay. Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. Äh... 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 dass wir passt. Genau. aja Hey, da hinten ist die Priester rum. Das machen wir aber noch. So, weiterhauen. Pizza-Rind-Quatschen geht immer. Ja, das müssen wir nicht zweimal sagen. Ich scheint dir zu bewundern, die diesen Ort zur Ruine gemacht haben. Wollt ihr was dazu sagen? Ihr könnt mir trauen. Ich will wissen, was euch bedrückt. Na komm. Boah, 17. Och, ne. Das klappt doch nie. Natürlich gibt es nicht mehr. Äh, meine Angelegenheiten nicht. Ich habe eine Audience bei dem, der das Sagen hat. Boah, 14. Warum sind die so hoch? Okay, wir machen hier einen kurzen Cut. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, ob wir jemals zu der blöden Priesterin kommen, dann lasst mir auch gerne ein Abo da. Und wir hören uns hier zusammen beim nächsten Mal. Eure Florine. Bye. Eure Florine. Eure Florine. Eure Florine. Eure Florine.